War der Blackpink-Job eine volle Katastrophe? Dieser Frage gehen wir nach. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall zwei Giveaways von Blackpink bzw. Vivi an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Der monatliche Collector Talk steht an mit Enrico und Chris heute um 20 Uhr deutscher Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr heute Abend dabei seid. Kommen wir zu Blackpink und dem heutigen ersten Job der Series bzw. des Brands. Und viele haben sich gefragt, ist das jetzt eventuell der Key, der uns gefehlt hat zum Bullrun bzw. zu einfach mehr Usern und bzw. mehr Bekannheitsgrad? Dieser Frage gehen wir jetzt heute mal nach. Ich habe heute auch viel darüber nachgedacht nach dem Job. Ich nehme das Ganze jetzt in etwa eine Stunde später auf und wir haben jetzt so ein bisschen erste Zahlen vom Job. Man muss aber auch ganz klar sagen, das sind nicht die finalen Zahlen. Wir haben jetzt insgesamt noch fünf Jobs, die bevorstehen. Daher sind hier auf jeden Fall noch einige Sachen, die kommen können von Zahlen, die uns überraschen können tatsächlich. Daher ich persönlich ziehe erst mal ein volles Fazit. Wenn alle Jobs vergangen sind, dann können wir nämlich auswerten, wie viele neue User wirklich dazu gekommen sind, wie viele Editions wirklich noch übrig sind von den Jobs und so weiter und so fort. Dazu wird es dann noch mal eventuell ein extra Video geben. Schauen wir uns aber die heutigen Daten einmal an, hier auf der Web App. Und wir hatten jetzt hier diesen ersten Job einmal mit Jizo. Und wir schauen uns mal an. Also die Common hat extrem schlecht performt. Gerade mal hier in etwa 600 Collectibles sind hier verkauft worden. Wir haben die Uncummen. Hier wurden in etwa 500 Collectibles bzw. 600 Collectibles in etwa verkauft. Bei der Rare sieht es schon etwas anders aus. Hier haben wir knapp 1100 Collectibles verkauft bekommen. Und bei der Altraire, diese ist sold out mit 1140 Editions, was jetzt nicht gerade überraschend ist. Man sieht also hier auf jeden Fall schon, wir haben nicht allzu gute Zahlen. Viele sind davon ausgegangen, dass mit diesen ersten Jobs auch natürlich eine Menge neue User hier in die App kommen. Man wird sehen, ob sich das mit den nächsten Jobs noch ändert. Ich persönlich glaube auch nicht so ganz daran, dass sich das jetzt hart changen wird auf jeden Fall in den nächsten Jobs. Wir werden es aber sehen. Ich lasse mich da gerne überraschen. Wir schauen uns aber vielleicht nochmal hier die Daten auf VVX Tracker an. Wir hatten jetzt hier in den letzten Tagen bzw. auch mit den unterschiedlichsten Marketingaktionen von Blackpink, beispielsweise auf Instagram, wo das Team im Prinzip hier auch VV promotet hat. Insgesamt hatten wir jetzt hier im Peak 50 neue User. Ich glaube, das war da an dem Tag, wo das Announcement kam. Da hatten wir hier nochmal 25 und 38, also nicht wirklich bedeutsame Zahlen, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch hier gestern nochmal mit den Instagram-Posts sind nicht wirklich viele neue User dazugekommen. Man sollte vielleicht aber an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, also meiner Meinung nach hat VV, was Marketing angeht, bei Blackpink überhaupt nicht versagt. Was viele Leute so ein bisschen darstellen, als wenn VV jetzt hier der Schuldige wäre. Ich finde, VV hat ziemlich viel richtig gemacht an dieser Stelle. Sie haben Promotions gemacht. Wir gehen gleich nochmal auf Giveaways ein, die sehr, sehr hilfreich sind, auch natürlich, um sowas zu pushen. Und sie haben außerdem auch nochmal Erwähnungen in den Storys von den einzelnen Damen bekommen, die über mehrere Millionen Follower haben. Also man kann ihr nicht sagen, dass VV sehr, sehr viel falsch gemacht hat, um diesen Job ordentlich zu promoten. Sie haben es auf X gut promotet, sie haben es auf Instagram gut promotet. Man hat es an den Zahlen gesehen, sie haben jetzt wirklich in wenigen Tagen einige tausend Follower dazubekommen. Also da liegt es tatsächlich nicht so ganz an der Reichweite, sondern anscheinend irgendwie ein bisschen tiefer bei VV. Und da wird man sehen, woran es gelegen hat. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich genug Daten bekommen, um das ordentlich auszuwerten. Aber das vielleicht erstmal noch kurz als Vorwort, bevor wir jetzt hier im Video weitergehen. Das wollte ich einfach mal loswerden, weil es liegt meiner Meinung nach an dieser Stelle nicht auf VVs Seite, sondern einfach an den Klientel, die sie hier anbauen wollten. Das hat einmal nicht so funktioniert, anscheinend wie geplant. Aber wie gesagt, wir werden uns auch nochmal die Daten am Ende dieser Drops ansehen. Schauen wir uns jetzt aber die zukünftigen Drops einmal noch genauer an. Wir haben ja insgesamt noch fünf Drops, die hier bevorstehen. Einmal die Janie. Wir haben hier ähnliche Daten, deshalb will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Der nächste Drop hier wird am 23. Mai um 17. Mai, also morgen stattfinden. Wir haben hier im Prinzip dieselbe Konstellation, wie auch bei der vorherigen. Wir haben hier natürlich auch wieder die Karte zum Craften und natürlich hier auch die Silber- und auch Gold-Variante. Diese wird man craften können am 30. Mai, also einen Tag später. Und haben hier auch natürlich ähnliche Edition-Zahl und sehen natürlich auch relativ ähnlich aus. Wir kommen zum nächsten. Hier einmal von der Rose genau das gleiche Ding. Das Ganze wird auch mal Freitag um 17. Deutsche Zeit droppen. Wir werden hier auch genau die gleichen Zahlen, genau die gleichen Preise sehen von den Collectibles. Wir werden hier außerdem natürlich wie immer die Karte sehen, sowie auch die Silver- und auch die Gold-Variante. Auch hier ähnliche Edition-Zahl und das Ganze vom 31. Mai an hier möglich sein zu craften. Kommen wir noch zum letzten Mitglied der Band und das ist Lisa. Dieser wird hier einmal natürlich auch dieselbe Konstellation haben wie die anderen Damen. Wir werden hier natürlich auch die Karte wieder von Lisa bekommen, plus natürlich auch die Silber- und auch natürlich die Gold-Edition. Hier auch genau der gleiche Drop-Preis, dieselbe Edition-Zahl. Und diese wird man ab dem 1. Juni craften können. Also hier auf jeden Fall immer einen Tag versetzt mit dem Craften. Wir haben natürlich aber noch ein bisschen mehr. Wir haben hier nämlich auch noch die Light-Sticks und die Stage am Start. Und diese wird dann schon deutlich interessanter. Diese wird nämlich am 26. Mai droppen, am Sonntag. Und hier wird es so sein, dass wir erstmal auf jeden Fall diese Light-Sticks haben. Die werden interaktiv sein. Diese werden am 26. Mai um 17. zur deutscher Zeit droppen mit einem Listenpreis von 25 Gems. Unter anderem eine Edition-Zahl von 2.890 Stück. Anschließend haben wir hier noch eine Uncoming. Diese wird eine Edition-Zahl von 2.390 Stück haben. Natürlich auch eine First-Edition hier in der Silver-Edition. Dann haben wir noch eine Gold-Edition als Rare. Diese wird 1.850 Editions haben. Anschließend haben wir dann hier noch einmal die Ultra-Rare, die Diamond-Edition. Beziehungsweise den Diamond Light-Stick. Diese wird eine Edition-Zahl von 1.140 Stück haben. Als letztes haben wir dann hier noch einmal die Stage. Die wird als Secret-Rare droppen. Und diese wird eine Stunde später, das heißt um 18 Uhr deutscher Zeit, droppen am Sonntag. Mit einem Listenpreis von 50 Gems und eine Edition-Zahl von 4.090 Stück. Also hier auf jeden Fall ein bisschen mehr als bei den anderen Drops. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob hier in irgendeiner Weise das Ganze interaktiv gestaltet wird. Oder ob das einfach nur eine Stage ist, die einfach nur dazu da ist, um die Charaktere da drauf zu platzieren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns da eventuell noch überraschen könnte. Kommen wir nun zu den Giveaways von Vivi und Blackpink. Es gibt nämlich insgesamt zwei. Und wir schauen uns mal ganz kurz hier einmal die Bedingungen dafür an. Ihr müsst nämlich ein Augmented Reality-Foto oder auch Video mit den Blackpink-Collectables, das Ganze auf X, also auf Twitter oder auch Instagram-Feed posten mit dem Hashtag ViviInYourError. Außerdem müsst ihr insgesamt einen Freund markieren und Vivi. Außerdem müsst ihr natürlich Vivi folgen. Die Entries werden hier am 6. Juni dann geschlossen. Insgesamt wird es 50 Entries geben. Das Ganze wird dann hier am 20. Juni announced. Und wir schauen uns mal die Preise dafür an. Wir haben hier ein Signed Album plus Foto Package. Davon wird es insgesamt 6 Gewinner geben. 8 Gewinner haben wir dann hier. Recycled Toad Bag. Wir haben hier dann einmal so einen Hut. Davon wird es insgesamt 10 Gewinner geben. 12 haben wir dann irgendwie so ein Character-Sticker-Set. Ein bisschen seltsam, sage ich ganz ehrlich. Finde ich sehr, sehr weird. Auf jeden Fall der 5. Platz hat dann hier im Prinzip noch mit 14 Gewinnern doch mal dasselbe. ID-Foto-Holder. A random Style wird man hier die Möglichkeit haben zu gewinnen. An sich die Preise sind auf jeden Fall nicht schlecht. Könnt ihr auf jeden Fall den einen oder anderen Fan hier anziehen. Schauen wir uns auf jeden Fall noch das zweite einmal an. Dafür müsst ihr mindestens ein Blackpink Venom-Set voll haben. Der Snapshot dafür wird am 20. Juni gemacht um 21 Uhr deutscher Zeit. Außerdem werdet ihr automatisch dann hier im Prinzip ausgelost, da das ja über die Vivi-App direkt läuft. Und umso mehr Sets ihr sozusagen habt, umso mehr Entries bekommt ihr dann auch. Insgesamt haben wir natürlich auch wieder einige Preise mit dabei. Wir haben natürlich insgesamt, insgesamt werden hier 4 Gewinner. Assigned Album plus Bag Pouch haben. Dann haben wir wieder 5 Gewinner auf dem zweiten Platz. Recycled Toad Bag. Wir haben hier dann 10 Gewinner bei drittem Platz mit Official Light Stick. Wir haben dann nochmal 14 Gewinner mit Blackpink Clear Bag. Und dann hier nochmal diese komischen ID-Foto-Holder mit insgesamt 17 Gewinnern. Das ist auf jeden Fall das Gewinn, beziehungsweise die beiden Gewinn, die stattfinden werden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das gesamte hier mitnehmen werdet. Ob ihr in irgendeinem Gewinn hier teilnehmen werdet oder nicht. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, ab zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist auch ziemlich spannend. Und zwar geht es nämlich um Assassin's Creed. Diese haben nämlich jetzt hier auch Vivi auf ihre Webseite gebracht. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, More Than Games, findet man hier jetzt auch Digit Collectibles Augmented Reality. Das ist jetzt ein Skull Collectible. Und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein, was wir hier im digitalen Store auch von Assassin's Creed sehen werden. Und das war es auf jeden Fall an dieser Stelle auch wieder mit den wichtigsten News für dich da draußen. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagelabend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.